Ihr werdet gehört haben, was dem Kriegli zugestoßen ist. Ich bin von der Polizei und es ist meine Aufgabe, den Mann zu suchen, der das Kriegli getötet hat. Wer ist der Mörder? Das werde ich schon herausfinden, Frau Moser. Versprechen Sie, dass Sie ihn fassen? Ja, das mache ich. Und als sie damit fertig war, fertig war, fertig war. Und als sie damit wird. Ihr wolltet nur herausreden. Wir wissen, was wir zu denken haben. Ich habe das Mädchen doch gar nicht gekannt, Herr Polizeiwachtmeister. Ich bin kein Mörder. So viel Blut auf seinen Kleidern. Nehmen Sie diese Angelegenheit lieber auf. Ich denke nicht dran. Dann kann ich Sie nicht daran hindern. Es handelt sich nicht um ein Lustmord, sondern um ein Racheamt. Der Täter wollte sich durch diese Morde an den Frauen rächen. Und das Männchen, das ist der Köder. Wir gehen Sie dann nicht bei den Teufel ein. Es gibt keine andere Methode. Das ist ein Schwein! Einmal nie! Einmal nie! Das ist ein Schwein! Das ist ein Schwein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020